Gut, ja. Oh, gut. Hey, ich hab gesagt, diese Scheiße muss ausgeschaltet werden. Warum? Warum ist das eingeschaltet? Versteh ich nicht. Okay, hier gibt's aber auch beides, naja. Weißt du, wat? Ich werd mich jetzt mal diese Straße lang hochschlängeln, um das wenigstens zu machen. Und da komm ich ja an den Relikten vorbei. Ja, zumindest können wir uns nicht darüber beschweren, dass wir zu wenig Autos hätten. Haben jetzt genug Tage halten. Oh, apropos. Ich glaub, ich sollte mal wieder ein paar grüne Blätter pflücken. Könnt ich mal wieder. Meine Taschen, meine grünen Blättchen sind ja jetzt leer. also leer nicht, aber äh, was runter? Okay, was ist da in der Nähe? Ist hier eine Höhle? Höhleneingang, meine ich? Nö. Okay, ein bisschen Ausschau halten nach einem Höhleneingang. Ach, da ist ein See. Ach so, okay. Alles klar. Äh. Äh. Oh Gott. Äh. Doch, anscheinend. Na gut. Oh. Ach, hier war Wasser. Alles klar. Ja, alles. Ich wollte nur mal schauen, ob da auch wirklich Wasser ist. Hä? Doch, ja. Aber weißt du was? Ich nehm jetzt mal ne Jagdherausforderung wieder an. Wen darf ich denn jetzt mit nem Bogen? Leoparden! Moment mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das ist aber kein... Ne, das ist kein Endgegner. Also jetzt nicht so ein... Nö. Ich soll ihn natürlich wieder mit nem Bogen jagen. Ihr kütten mich doch alle. Und ich dachte, das wäre jetzt wieder irgendwie so ein... Hauptgegner. Wo ich da noch was von habe, weißt du? Aber nö. Ist nur irgendein dummer Leopard. Das. Ja, mach. Das hat gut geklappt. Und hier komme ich dann raus, ja? Hallo? Wo denn? Weißt du was? Ich markier's mir vorsichtshalber. Ist mir doch lieber... Hallo? Ich weiß nicht zumindest, ob ich runter, hoch oder hoch oder runter... Oh. Ach da. Ich weiß nicht, was war das denn? Och nö. Och, das ist ja eben oh nicht. Und ich wollte doch einfach nur gucken, ob da irgendwas ist. Und da war nix. Lass mich raten. Hat er jetzt nicht aufgenommen? Doch. Oh. Hm. Arme Sau. Erträgen. 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 Ja. Erträgen. Es kommen ja noch irgendwelche dämlichen Wildschweine in die Quere. Das ist doch nicht wahr. So. Und woran erkenne ich mich? Ich bin ein Leopard Das gibt's doch gar nicht, wo ist der denn? Vorher wurde mir das immer gezeigt Ich bin ein Leopard Hallo? Ich bin ein Leopard Oh, ich soll eine ganze Runde... Oh Gott... Alter, ich soll eine ganze Runde von den Leoparden killen? Ihr wollt mich doch falsch, im Arsch... Okay, man sollte es mal richtig lesen Ich bin ein Leoparden... Ich bin ein Leoparden... Ich bin ein Leoparden... Okay... Ich bin ein Leoparden... 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 Hey... Ich bin ein Leoparden... Ich bin ein Leoparden... Nur allerdings dauert das Ewigkeit. Wenn man auf Leoparden-Jagd ist, ist das Kacke. Definitiv. Okay. Dann habe ich wieder 20. Sehr gut. So, hier, ja? Äh. Ach. Ist ja frech. Na? What the? Okay. Oh, 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 oh. Ja, selber. Okay. Oh, drei, was? Ich habe wieder nicht aufgepasst. Och, Mann. Okay, was ist das? Kantspistolen, MPs und Schrotflinten. 25 Prozent schneller nach. Klingt gut. Okay, ich könnte jetzt schneller die Waffe wechseln. Okay, das hätten wir. Was hat denn der Hai noch zu bieten? Was ist das denn? Ketten-Takedown. Oh, den hatte ich noch nicht. Deswegen hat das auch nicht funktioniert. Brandhämmer. Du hältst ein zusätzliches Gesundheitsfeld. Check. War jetzt nicht so schwer, was ich jetzt wohl nehmen würde. Nice. Okay, äh. Ja, jetzt bin ich hier. Dann denke ich mal, ist das da oben ein weiteres gutes Ziel? Genau. Zeig mal, was du kannst. So. Ich höre wieder Bären. Es scheint ein Bärengebiet zu sein. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Was ist das denn? Noch ein Flugzeug. Cool. Hä? Achso. Ich wollte ja nicht die Kiste aufmachen. Oh, geil. Noch ein Gesundheitsfeld. Ja. Cool. So, Wildschwein geb ich nicht. Wildschwein, kein Bären. So. Patsch, patsch, patsch. So, irgendwie hab ich das Gefühl, hier geht's runter. Also, äh, 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 ich meinte Steilrunde. Da seh ich ein Auto. Aber ist garantiert ein Schrottauto. Hallo, ich hab euch gesehen. So, und hier gibt's was. Hab ich auch gesehen. Hallo, Jungs. Na? Ihr habt hier was, was mir gehört. Ich nehm mir das mal kurz. Ach so, die... Den Quatsch. Ich wollt grad sagen, irgendwas knurrt hier. Nein, öh, die haben nur geregelt. Die sprechen halt sehr undeutlich, deswegen... Vielleicht ist das halt ein Knurren vernommen. noch weiter runter. Jetzt kann ich... Jetzt traue ich mich wieder zu laufen. Hier auf der Toilette. Nein. Neben der Toilette. Neben der Toilette. So, was haben wir noch? Hier unten ist noch ein bisschen was. Ich wollte aber nicht das Fahrzeug nehmen. Ich wollte... Die Beutekiste nehmen. Kann ich dann hier unten lang? Wo müsste ich denn dann? Da müsste ich. Das sind ganz viele Autos. Das ist ein Fuhrpark praktisch. Das ist ne Garage. Alter. Kannst du auch ein bisschen länger rutschen? Oder lass es bleiben. Der fährt so wie ich. Okay. So. Hier drin also. Juhu. Äh. Ach, noch ein Raum weiter. Was sehe ich da denn? Ein Buch. Okay. Noch ein Raum weiter. Jetzt aber. Ich vermisse ihn. Vermischt er mich auch? Es ist wieder irgend so eine, die irgendeine Kerl frisst. Anschauen. So, na gut. Nein, ich möchte nicht aufs Dach, aber danke. So, und am Strand gibt's auch noch was so Schönes. Ich versuch mal hier durchzukommen, ohne dass ich mich überfahren kann. Hier auch, ne? Hier, oder? Oh, ein Bootsbauer. Bootsbauern sind Bauern, die Boote anbauen. Äh, da. So ist schön. Dann können wir ja mal dahin gehen. Dahin gibt's ja auch gleich zwei und da müssen wir gleich wieder hoch. Das freut mich ungemein. Ich glaube, ich muss hier weg. Die Unfallgefahr ist mir gerade so ein bisschen zu hoch. Nee. Nee. Ach, Mann. Ich will jetzt ja nicht sagen, aber ist grad die Frau gefahren? Ich ignoriere einfach diese Frage und, äh, stelle sie als ungebührlich. Einfach mal ab. Was ist denn das? Hallo? Hallo? Das ist doch wohl jetzt nicht dein Ernst. Ich versuche es. Versuche es und ich schieße dich über den Haufen. Ich bin überhaupt nicht mehr für sowas zu haben. Was ist denn das? Was ist denn das? Auch nicht. Das gilt auch für Bären. Was? 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 Halt. Aha. Dann liegt doch wieder Geld. Und eine Schachtel Zigaretten, die ich aber nicht mitnehmen kann. So, und im Regal. Schön eingeräumt. Nice. Okay, cool. Wo geht's jetzt hin? Da gibt's noch was. Na, war ja klar. So. Was? Oh, was ist das denn hier? Kleiner Ausguck. Aber ohne Geld. Es gibt nur was zu saufen. Nee, saufen ist jetzt nicht. Ich sehe da hinten eine Palette auf dem Wasser. Muss ich da hin? Ach, das ist keine Palette. Das ist tatsächlich ein richtiger Angelsteg. Oh. Ich musste zum Glück schon lange nicht mehr ins Wasser. So, ich gerade Hai-Fetisch mal wieder lese. Okay, cool. Das heißt... Oh, wir kommen gut voran. Was ist das denn schon wieder? Nochmal mit Würde. Nochmal mit Würde. Warum ist das jetzt schon wieder? Ich dachte, ich hätte das ausgeschaltet. Nö. Guck, hör's auch wieder an. Hä? Sowas. So. Einmal dahin, bitte. Dann gucken wir nochmal, was diese eine Quest da noch zu bedeuten hat. So. Erstmal ganz kurz. Ein bisschen was loswerden. Und ich werde mir nochmal so eine Sicherheitsweste kaufen. Aber meine ist ja irgendwie wieder abhanden gekommen. Achso, guck mal hier. Die kann man auch gleich verkaufen. So, ist gut. So. Konsumartikel. Ach nee. Hä? Achso, stimmt. Die Tiere greifen ja nicht die Rüstung an. Die sind ja... Die... gehen direkt drunter weg. Machete? Japanisches Tattoo? Hm. Nö. Also die sind ja gratis im Shop, genau. Und es gab auch einen Granatwerfer. Neun. Nee. Oder war das was Spezielles? Nö, auch nicht. Hm. Nö, ist ja egal. So, ähm. Ich wollte jetzt mal, ähm, einzigartige Waffen. Genau. Die Bull hole ich mir jetzt auch. So. Einfach weil ich... Das Geld dafür habe. Cool. Wenn es alle anderen Waffen wirklich gratis gibt, dann weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wo ich das Geld für ausgeben soll. Okay. Aber es gibt Schlimmeres. So. Hier in der Nähe ist einer. Holen wir uns auch. Aha. Hier. Ah, na. Noch so eine Art Holzfällerlager, so wie es aussieht. Ne, doch nicht. Ist nur ein Holzlager hoch. Uhhh. 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 Was ist denn hier passiert? Sie haben sich bestimmt hier um den Inhalt gestritten. Um diesen Puppenkopf. Yeah. Puppenkopf haben so, ja. Einsamkeit. Draußen ist. Ganz allein. Du kleine Sackessig, du Blödes. Hallo? Wenn schon, dann will ich es auch heute. So. Einmal hier und... Einmal auf der anderen Seite. Ja. So liegt hier noch irgendwo Geld rum. Sieht jetzt erstmal nicht so aus. Na. Dann haben wir hier noch. Und da noch. Nämlich runter. Ne, wenn wir ja so. Ach, auf der anderen Seite des Berges. Okay. Hops. Hier sind viele verlassene Butze. Hier sind viele verlassene Butze. Na, um den Toiletten. Was gibt es denn da drin? Einmal zum Reinscheißen. Wow. Da haben sich gleich richtig große Waffen gegriffen hier, die guten. So. So. Das ist in der Nähe des Leopardengebietes, aber egal. Den will ich mir trotzdem holen. Den, den, den Kiste. Da haben wir selber Hilfe gebrauchen. Oh Gott. Komm, vergiss es. Ich kann sowas nicht. Ja, ne. Ist nicht. Vergiss es. Ich sag dir, das ist wie cool. Einfach das Loch anvisieren und reinschießen. Ja. Achtung, wer! Wer? Danke für die Vorwarn. Aber hier können Leoparden sein. Was ist denn hier los? So, ich möchte dann gerne... Hier. Mitten hier in diesem... Oh shit. Ich hör's schon. Ich nehm trotzdem noch diese schöne Muschel mit. Und ich weiß ja jetzt, dass es hier auch... ... die Bodile gibt. Also werde ich jetzt einfach mal nicht durch diesen Fluss schwimmen. Ganz locker. Ich frag mich, ob man die auch sehen kann. Hm. Gut. Nächste. Nein, warte. Bitte. Zeigt mir nach oben. Äh. Zeigt mir grad ein bisschen zu sehr nach oben. Hm. Wie komm ich nach da oben? Oh. Siehste. Hast den Schwein erbeutet. Ich nehm mir mal ganz kurz das Auto. Oh mein Gott. Wie nehm mir den Autos umgehen. So, ich werd mal gucken, ob ich hier irgendwo einen Weg finde, wo ich da oben kann. Das geht raus. So. Der findet sein Auto schon. Wie nehm. Und ich muss irgendwie runter springen. Wie nehm... ... ... ... Was ist das denn? Hallo? Na Glückwunsch! Und du? Äh... Muss ich mal kurz was ausprobieren. Ah! Ah! Okay, geht also doch. Oh nein. Ah! 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 Nice! Okay! Werde ich jetzt mal da? Ah! Ah! Mensch! Mensch! Ah! Ah!